hallo liebe stillhalter heute möchten wir mal ein basis thema diskutieren und zwar wie ich ein profit and loss diagramm konstruieren kann für was es eigentlich gut ist und das ganze an zwei beispielen und zwar einmal an einem long call und an einem short call bei optionen ist es ja so dass je nachdem wie sich am ende des tages die preisentwicklung ausgeht ich unterschiedliche gewinne und verluste machen kann hier ist jetzt mal ein beispiel dargestellt ich habe einen aktienkurs der steht bei 100 und ich kaufe mir jetzt zum beispiel einen 110 call als long call dazu das heißt ich zahle dafür eine prämie was passiert jetzt aber wenn die der kurs auf 200 steigt wenn auf 300 steigt oder wenn er bei 100 einfach bleibt und das ist vielleicht für einen long call separat betrachtet noch relativ einfach wenn ich dann aber komplexere optionsstrategien wie zum beispiel ein butterfly dazu verlinken wir euch auch ein video darunter und mir angucke dann werden diese profit and loss diagramme sehr wichtig damit ich einfach einschätzen kann okay wie muss ich der preis entwickeln damit ich entsprechend meine optionsstrategie profitabel fahre deswegen jetzt heute an diesem einfachen beispiel zunächst an einem long call so ein profit and loss diagramm ist folgendermaßen aufgebaut wir haben auf der linken seite auf der y-achse gewinn und verlustzonen das heißt wenn sich alles was sich hier darüber befindet ist für mich ein profit wie ich die optionsstrategie handel und alles darunter ist ein verlust und das ganze ist einfach auch wer und wir betrachten das ist noch eine wichtige regel jetzt hier nur für den verfallstag also das heißt alles was dazwischen ist das klar man wird sich hier erst mal außen vor da machen wir dann noch mal ein separates video aber was jetzt hier auf der x-achse notiert ist der wert des underlines das heißt wenn ich jetzt hier eine aktie habe die jetzt hier aktuell bei 100 notiert dann bewegt sich eben hier der aktienkurs links ist dann quasi aktienkurs 0 und rechts ist dann der aktienkurs sehr hoch jetzt zeichnen wir uns das mal ein für einen 110 long call und wir nehmen jetzt einfach mal an dass dieser long call der hat eine gewisse laufzeit sagen 100 tage hat einen debit also hat kosten von 220 dollar jetzt ist es ja so wenn jetzt der kurs bei 100 bleibt dann wird am ende der laufzeit diese option wertlos verfallen sein und wenn ich eine long call option handel dann ist diese prämie also dieser debit den ich dafür bezahlt habe am ende weg weil die option ist wertlos verfallen und das gilt sowohl wenn der aktienkurs bei 100 endet wenn er bei 90 endet wenn er bei 0 endet oder wenn er bei 110 endet weil dann verfällt sie gerade wertlos und das kann ich jetzt hier ein zeichnen das heißt ich habe jetzt hier einen konstanten verlust unterhalb dieses preises von 110 von diesen 220 dollar und erst wenn dann die option über diesen 110 steht deswegen ist hier auch der markante punkt dann läuft sie ins geld und wird dann eben dementsprechend wertvoll und dieses ins geld laufen das heißt der anstieg des inneren wertes der ist dann linear mit dem anstieg des underlayings das heißt wenn jetzt hier das underlaying zum beispiel dann bei 200 endet was bedeutet es dann für mich dann hätte ich ja einen inneren wert von 200 also der kurs minus der strike minus 110 ist 90 dollar mal multiplikator von 100 sind 9000 dollar gewinn und das wäre jetzt zum beispiel hier für den kurs von 200 mein gewinn und alles andere dazwischen am verfallstag läuft dann linear noch die quizfrage wo ist jetzt hier mein breakeven punkt ihr seht ja hier schneidet ja dann dieser pfeil das ist ja hier auch nur schematisch dargestellt diese achse also wo dann quasi gewinn und verlust genau null ergibt dieser punkt ist dann der strike plus der debit den ich ja hier bezahlen muss also der debit ist jetzt hier schon der absolute betrag das heißt ich muss es noch mal durch 100 teilen das heißt hier wäre der debit 2,2 das heißt mein breakeven punkt ist jetzt hier 110 plus 2,2 ist 112,2 also das heißt die aktie damit ich hier mit einem long call gewinn mache reicht es nicht wenn am ende der laufzeit der kurs hier auf 110 angestiegen ist sondern um gerade mal die gewinnschwelle zu erreichen muss ich bei 112,2 dann tatsächlich sein jetzt schauen wir uns das ganze für einen short call an bei einem short call da handle ich ja dann eine stillhalter strategie das heißt ich profitiere davon wenn am besten gar nichts passiert also wenn der kurs einfach vor sich hin dümpelt wenn die volatilität am besten in sich zusammen sagt das ist ja gut für mich als stillhalter denn ich habe jetzt hier in diesem beispiel ein 120er call verkauft und wenn jetzt am ende der laufzeit der preis unterhalb dieser 120 ist dann verfällt auch wieder diese option der unterschied zum long call ist ja aber jetzt habe ich ja hier einen short call das heißt ich bekomme von demjenigen der den long call handelt eine optionsprämie den credit und diesen darf ich sowieso in jedem fall behalten aber ich darf ihn ich habe dann kein problem mit dem settlement beziehungsweise mit dem inneren wert dieser option wenn am ende der laufzeit der kurs hier unter den 120 bleibt das heißt wenn man jetzt hier wieder in unser profit and loss diagramm gucken sehen wir hier dass wir in einer konstanten gewinnzone sind von dieser prämie das sind jetzt hier mal 100 dollar angenommen bis zu diesem strike von 120 dollar also da bin ich in der gewinnzone wenn ich jetzt darüber bin über den 120 dollar dann bekommt er die option einen inneren wert und wir haben jetzt hier einfach mal angenommen den umgekehrten fall wenn der aktienkurs sehr stark ansteigen sollte theoretisch kann ja der verlust jetzt hier unendlich groß sein weil die aktie ja auf eine milliarde ansteigen könnte wird sie in der realität nicht machen deswegen nehmen wir jetzt einfach mal hier an sie steigt sehr stark an von 100 auf 200 um 100 prozent was ist dann mein innerer wert mein innerer wert ist dann 200 minus der strike also minus 120 sind 80 mal multiplikator von 100 sind 8000 aber ich darf ja in jedem fall die prämie behalten das heißt mein maximaler verlust sind dann hier 7900 weil ich von diesen 8000 dollar ja auf jeden fall die prämie abziehen darf von 100 dollar und auch hier ist dann der verlust der steigt dann linear an und wiederum die quizfrage wo ist jetzt hier der break even punkt wie gesagt das ist hier nur schematisch dargestellt nicht wirklich maßstabsgetreu der break even punkt ist ja dann nicht genau bei den 120 sondern die option dürfte sogar ins geld laufen wenn ich da ich ja die optionsbremie damit verrechnen darf das heißt ich darf ja hier diese 100 dollar in jeden fall behalten diese 100 dollar sind quasi auf eine aktie heruntergebrochen muss hier wieder durch den multiplikator von 100 teilen sind ein dollar das heißt der break even punkt läge ich hier bei 120 plus diesem einen dollar bei 121 dollar für diesen long call und für diesen short call ist es relativ einfach da muss ich mir auch nicht so ein diagramm einzeichnen interessant wird es denn wenn ich komplexere optionsstrategien mache hier habe ich jetzt zum beispiel mal einen butterfly dargestellt und da ist es dann ich habe dann drei verschiedene strikes vier optionen insgesamt und dann ergibt sich daraus auch ein komplexeres bild hier habe ich zum beispiel so ein zelt das quasi meine gewinnzone ausmacht und genau für solche strategien ist es aber wichtig dass ich erst mal grundsätzlich die basics verstanden habe ihr seht ihr hier im hintergrund hier sind die einzelnen strategien eingezeichnet bevor ich mich dann an solche themen heran wage deswegen schreibt uns gerne mal in die kommentare nutzt ihr die profit loss diagramme also ich weiß noch als ich mit dem optionshandel gestartet habe ich habe mir seitenweise schmierpapier mit diesem diagramm voll gemalt für die einfachsten strategien ich finde es ist eine gute übung um einfach zu verstehen wie verhält sich so ein optionspreis zumindest am verfall vor verfall ist es noch mal eine andere geschichte da gehen wir separat noch mal drauf ein und ja vielleicht eine fleiß aufgabe aber sicherlich auch eine die spaß macht in diesem sinne bis zum nächsten video und bis bald